Sie sind hier, 19. Dezember 2018, 23.31 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, der FC Bayern Basketball feiert in der Euroleague einen Sieg in letzter Sekunde, Urheberrecht, Getty Images in der Euroleague kommt der FC Bayern Basketball zum dritten Sieg in Folge. Gegen Armani Mailand setzt sich der deutsche Meister in der letzten Sekunde durch. Der FC Bayern Basketball feiert in der Euroleague einen ganz wichtigen Sieg. Bei Armani Olympia Mailand setzte sich der amtierende deutsche Meister mit 80 zu 78 durch. Bis kurz vor Schluss rannten die Münchner einem Rückstand von vier Punkten hinterher. Aber dank eines überragenden Derek Williams drehten die Gäste das Match in den letzten Sekunden und gewannen das Spiel gegen den direkten Tabellennachbarn, das ist ein großer Sieg für uns, ich muss meinem Team gratulieren. Vor dem Spiel hatten wir besprochen, dass wir ihren Offensiv-Rebound kontrollieren müssen, denn hier sind sie von den Zahlen her die zweitbesten in der Euroleague. Das haben wir schon in der ersten Halbzeit getan und dazu in der Offensiv-Math gespielt, lobte FCB-Coach Dejan Radonjic. Bayern erstmals mit positiver Bilanz, in der zweiten Hälfte lief es dann, wie man es erwarten konnte, wir waren vorn, dann kamen sie zurück und am Ende war es ein enges Spiel. Ich hatte aber die ganze Zeit das Gefühl, dass wir hier gewinnen können, damit festigen die Bayern den sechsten Rang in der Euroleague-Tabelle und haben nun mit 7 zu 6 eine positive Bilanz. Service Euroleague-Tabelle im Sport 1 der T-E-N-C-E-N-T-E-R, Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr Mehr